lasst uns doch mal mit den grundlegenden sachen anfangen wer bist du was machst du was willst überhaupt hier und wie ist die lage ich bin sebastian 30 jahre jung kommen quasi knapp 20 minuten vom newbooking entfernt aus dem ort der sich königsfeld schimpft bin gelernter kassett stadtroniker mittlerweile dort im selben autohaus als serviceberater tätig und nebenbei fange ich mein studium zum tontechniker an wo ich oder was ich gern hier möchte ist das berufsbild der der werkstatt oder werkstatt arbeitenden aus dem kassettbereich gerne näher bringen einfach aus dem grund weil ich denke dass viele nicht auf dem schirm haben wie undankbar der job eigentlich sein kann warte mal kurz ich muss ja also finde ich gut schön moment wir müssen kurz zurückspulen also du wohnst in der nähe vom newbook ring das heißt das auch wahrscheinlich benzin im blut mit sicherheit okay fährst du fährst auf ring auf ring nicht mehr ne ich bin eigentlich also ich komme eigentlich aus dem kartsport okay was mich jetzt ein bisschen aus der bahn geworfen hat du studierst gerade tontechnik ich fange jetzt in drei wochen an ja aus welchen gründen bist du jetzt dahin gewechselt weil ich eine band seit warte lass mich nicht lügen uns gibt seit oder ich mache musik seit 2012 und wenn du so die ein oder anderen aufnahmen machst oder machen lässt dann interessiert sich halt für den weg wie das ganze abläuft holst du das eine oder andere know how dazu und irgendwann hast gesagt gut musik musik macht generell spaß also kannst du auch dementsprechend das früher oder später auch zum beruf machen so das meine intention dahinter cool also machst du gerade studierst du und gehst arbeiten quasi und das willst du auch so beibehalten ja wenn ich irgendwann das studium beendet habe würde ich mich natürlich oder wäre es ein träumchen ist in einem hiesigen tonstudio zu arbeiten oder mich halt damit auch selbstständig zu machen voll gut wie viel wie viel jahre dass wir das mal ungefähr einschätzen können wer jetzt da redet weil 30 jahre jung wie viele jahre warst du denn jetzt so oder bist du in deinem jetzigen beruf tätig genau zehn jahre zehn jahre jetzt mit ausbildung dazugerechnet oder wirklich zehn jahre arbeitszeit mit ausbildung okay also hast du mit 20 angefangen ausbildung zu machen genau ist das bisschen spät nicht eigentlich theoretisch würde ich sagen ja vom prinzip her allerdings ich sag mal so so berufe wie ein handwerk kannst du kannst eigentlich nie zu spät für sein wenn du wissbegierig bist oder interesse an der materie hast und ich sag mal das ist wenn man jetzt die jugend von heute sich anguckt ist es ja auch mittlerweile oder geht der trend ja auch hin weiter anzufangen weil man früher sich vielleicht umentschieden hat meine die ausbildung zum kassettler ist halt mein zweiter bildungsweg ich habe vor eine ausbildung als hotelfachmann angefangen und ja das ist absolut nichts für mich ah siehst du das gut dass das sagst weil die meine frage meine nächste frage wäre gewesen wieso hast du denn so spät angefangen aber wenn du hotelfachmann gemacht hast dann erklärt sich ja das ganze wie war denn so dein schulischer weg dahin schulischer weg ganz normal grundschule realschule fertig also keinen bock auf gymnasium gab am anfang schon also so in der realschulzeit definitiv da haben noten auch für gestimmt aber den ganzen stress ich meine schwester die hat abi nee nee also so im nachhinein bereue ist auch kein meter kein abi gemacht zu haben weil die ganzen stressen hätte ich absolut nicht gebrauchen können oder gar kein interesse daran gehabt ja wie warst du so in der schule wenn ich fragen darf ehrliche antwort ja natürlich alles gut gesundheit redest du jetzt von der realschule oder redest du jetzt von der berufschule so grundsätzlich einfach grundsätzlich würde ich sagen ich glaube bis zum siebten schuljahr war ich eigentlich so sehr wissbegierig und fleißig und ich glaube ab da hat es eigentlich nachgelassen weil ich bin jetzt nicht der faulste gewesen oder so also ich habe meine hausarbeiten alle beendet oder abgegeben ich abgeben musste aber ich glaube da gab es als bub andere interessen das heißt wenn du wenn man jetzt mal so überschlägt also ich meine du hast realschule gemacht zwei jobs gelernt und jetzt gehst du studieren so deswegen frag dich wie du so in der schule warst weil das muss ich ja über die zeit ein bisschen gewandelt haben oder ja klar ich sag mal ich persönlich sag es einfach mal man sagt okay auf den job hat man halt lust und ist ja cool wenn im hotel arbeit ist alles schön und gut so war zumindest mein gedankengang damals was brauchst du dafür alles klar realschule hast du reicht weil ich glaube für den hotel fahrmann hast du damals sogar noch hauptschulabschluss hätte gereicht hast dann so irgendwann gesagt nee bringt ja einfach nichts dann kam irgendwann die ausbildung oder dann kann man irgendwann die durchstrecke weil nach der ausbildung wurde ich auch nicht übernommen der kfz beruf ist halt so ein familienberuf sage ich mal also mein opa und mein vater die haben den beiden auch gelernt und gut warum nicht du hast deine kontakte über die familie bei volkswagen gehabt wo ich jetzt auch noch immer arbeite und schrauben hat generell spaß gemacht ich sag mal so als 15 16 jähriger an den mopeds oder in rollern natürlich legal gefahren gar keine frage und genau und dann kam das eines zum anderen okay wie also du über die familie bist du da reingestellt du hast du quasi das von dein deinem großvater und vater hast du das übernommen genau wie wie sahen denn so deine deine ersten jahre aus also deine ausbildungsjahre verallgemeinert oder meine persönlichen jetzt für dich jetzt für mich ich brauche diese ausbildung unter gar keinen umständen also das beste was mir eigentlich passieren konnte habe mich so dass gerade das erste lehrer sage ich mal ist immer so das schwierigste weil man so ganz krass mit der materie gar nichts zu tun hat in der firma wo ich gelernt habe hatte ich wahrscheinlich oder ein der wenigen meister noch gehabt die auch wirklich gesagt haben wir reparieren gewisse dinge statt sie einfach zu tauschen ist auch das mal beispiel lichtmaschine oder anlasser das sind ja heutzutage produkte die du einfach nur taust aber ich habe wirklich noch gelernt alles zu zerlegen und in stand zu setzen bin im ersten lehrer sage ich das einfach mal relativ schnell dazu gekommen dass ich alleine arbeiten durfte also das vertrauen seitens der firma war definitiv da und an für sich so alles wo ich jetzt ein problem gehabt habe wusste ich dass meine geselle oder mein meister mir immer geholfen hat und die haben mich relativ schnell von der hand gelassen einfach meine arbeiten machen lassen so nach und nach und nach kam das dann je weiter du gekommen bist desto mehr durfst du auch machen bis irgendwann so mein dritten lehrer mein chef sagte so du machst das die lehrgänge für die umfällen stand setzung also alles was mit karosserie und so zu tun hat und ich glaube so mitte meines dritten jahrs habe ich eigentlich größtenteils nichts anderes gemacht außer umfälle wieder in stand zu setzen war das schon so ein wunsch von dir dass du so in die also ich sag mal spezialisierung gegangen bist oder wunsch war es ist nicht aber ich sag mal man kann es einfach so verlappt sagen volkswagen hat ihre richtlinien die erfüllt werden müssen damit du auch volkswagenpartner bleiben kannst oder audi sehr das ist ja mal egal alles was zur vg-gruppe gehört ja und da gehört zum beispiel an karosseriebau oder spezialist für karosserie technik oder karosserie mechanik so heißt das offiziell bei denen und wenn du den nicht auf dem papier hast läufst du halt gefahr dass du das zertifikat oder die lizenz zum volkswagenpartner zogen bekommst und dass ich der einzige war der noch gar keine schlüsselfunktion hat dieses dann wenn du bock hast kannst du es machen und dann sagst du natürlich nicht nein wenn du so quasi eine zusatz ausbildung eine spezialausbildung quasi noch geschenkt bekommst und habe ja musstest du denn da irgendwas wirklich spezielles machen dass sie dich da reingesteckt haben oder also ich ist aber von ausbildung her praktisch gesehen war es so weit dass ich bei volkswagen an dem auszubildenden sonderprogramm teilgenommen habe ich weiß nicht wörtersee sagt ja bestimmt irgendwas ja genau so dass gti treffen und gti treffen gab es ja bis vor corona das weiß ich gab es ja zum beispiel auch die zeit wo die azubis aus allen kfz branchen sich zusammengesetzt haben und ein auto entworfen haben ja was dann darauf wird dass sie vorgeführt wurde und kennst du dich mit krafturismus wahrscheinlich ja ein bisschen da kam doch irgendwann auch der gti cabrio raus ja und das geht die kaputt zum beispiel im anfangsschaden war ich mit beteiligt so wie er da stand das muss vorstellen du hast deine lackierer du hast seine karosserie baut oder seine kaufzettler die du hast eine fahrzeugdesigner die vom volkswagen intern ausgebildet werden und ich will es nicht sagen die creme de la creme weil reinkommen kann eigentlich jeder der sich nicht um anstellt weil da geht es halt wirklich um die praxis und nicht um die theorie ja und da kannst du halt sagen war lustig war cool aber ich habe mich jetzt nicht unbedingt um irgendwas geschlagen dass ich irgendwas von denen bekomme was ich bekommen habe ja also hast du das quasi erarbeitet dann ja ich habe einfach mitgenommen wo als kleines geschenk wo als kleine kirche auf der sahne ja wie hast du also du hast ja jetzt gesagt dass du am anfang deiner deiner ausbildung so lichtmaschinen und sowas auseinander klavüstet hast unter anderem unter anderem ja wie wie sah das denn auch so bei dir im ersten lehrjahr du wirst ja nicht nur lichtmaschinen gemacht haben also wie haben die dich dann daran geführt zum beispiel an den job also rangeführt läuft eigentlich grundsätzlich und das kann man auch eigentlich schön verallgemeinern weil ich kenne es keine werkstatt oder keinen kfz betrieb wo es nicht so läuft wenn du deine ausbildung anfängst hast du halt deinen ausbilder in der regel ein kfz meister und der teilt dir einen gesellen zu der einen argerschein hat also einen ausbilderschein das heißt im endeffekt du arbeitest acht stunden am tag immer mit einer oder selben person außer sie ist halt krank hat urlaub was auch immer ja das erste jahr sieht eigentlich und da bin ich halt der ausnahmefall im großen und ganzen so aus dass du an die arbeiten oder die täglichen arbeiten angeführt wird das heißt die inspektion der klassische ölwechsel bremsen wechseln der wechsel von der batterie und so und man kann eigentlich sagen du lernst erst mal so ein rhythmus rein zu kriegen was für werkzeuge brauchst du wo das heißt du lernst auch automatisch indem er dir sagt das und das werkzeug will er haben das suchst du ihm raus lernst du automatisch okay das ist die und die schraube dafür brauchst du das werkzeug das hast du halt irgendwann im blut im rhythmus ja und wenn der ein geselle dann irgendwann sagt okay du bist so weit dann stellt er sich einfach neben das auto holt ich sag mal extrem sagt ein handy raus und lässt sich einfach arbeiten ja und so war das quasi bei mir auch nur dass es halt bei mir relativ beschleunigt wurde ich glaube ich war fünf oder sechs monate da und dann hat mir geselle schon gesagt ach ganz ehrlich ich hol mir ein anderes auto mach du einfach weiter also hast du nach sechs monaten schon die dinge auseinander gekloppt in anführungsstrichen ja quasi geil also was man muss sagen ich habe auch eine gewisse vorfahrung durch die familie aber ich habe mich halt mit der schrauberei halt gerne beschäftigt ist halt so beim karsettler oder ist aber generell handwerker arbeiten ja auch nebenbei die sogenannte nachbarschaftshilfe und da holst du dein wissen halt dazu ja also hast du viele nachbarschaftshilfe gemacht ja ja natürlich habe viele nachbarschaftshilfe brauchen das finde ich das finde ich schön ist auch sehr löblich ja hast du denn in der jugend auch schon also bevor du das überhaupt angefangen hast hast du auch schon autos geschraubt oder war das nur moped jetzt auch autos dadurch dass mein vater es ja gelernt hat haben wir vieles bei uns in der garage selbst gemacht und rauben halt immer so ein punkt wenn ich wusste okay samstagmorgen mein vater steht auf trinken kaffee und dann sagt er der macht jetzt die bremsen beim golf 1 cabrio dann war ich der erste der schon vorhin wach war nur darauf warten konnte oder nicht nur darauf gewartet hat dass er endlich sagt okay komm wir fangen an den kleinen oder anderen trick dann auch mitgenommen ja wie man schneller machen kann so motorsport affin hätte ich schon fast behauptet und da hast du halt wie gesagt ich denke mir das war auch so ein vorteil warum ich so schnell alleine arbeiten konnte halt weil gewisse unkenntnisse schon von von grund auf hattest ja hast du denn selber privat also bevor wir wieder zurückgehen privat auch an deinem auto geschraubt ja machst du heute noch also jetzt gerade aktuell also jetzt jetzt gerade nicht aber morgen wieder weil bei mir muss ein bisschen für tüv gemacht werden okay aber du bist jetzt nicht so quasi tiefer breiter et cetera pp nein 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 hast du auch nie irgendwie versucht oder gemacht oder wer macht das denn nicht was mal so ein tieferes lauteres vielleicht sogar schnelleres auto zu haben das ist aber bei kaufsettlern ist das so eine kleine jugendsünde hat jeder kaufsettler also jeder der jeder der das gegenteil behauptet der hat den beruf entweder nicht geliebt oder nicht wirklich voll genommen ich warte auf die antwort aus dem chat wenn wir bestimmt den ein oder anderen hier haben okay wie waren so dein berufsschulanteil hast du davon sehr sehr viel gehabt oder war sehr wenig was du mehr praktisch unterwegs mehr mehr theoretisch berufsschule war im grunde genommen eigentlich immer zweimal die woche ja also einmal die woche fix sondern alle zwei wochen gab es noch ein plus tag außer im letzten der jahr da hast du nur eingehabt aber das letzte der jahr also das letzte halbe der jahr war ja dann eigentlich nur prüfungsvorbereitung zwischen zwischendurch hast du dann noch deine pflicht lehrgänge gehabt die du von handwerkskammer haben musstest und dementsprechend eigentlich überschaubar also schultage waren quasi bezahlter urlaub höre ich öfter was du denn also hast du hast du deine deine berufsschul lauf waren sehr sehr gut abgeschlossen oder war das für dich so mehr also es es war für mich mehr ja muss das jetzt sein weil ich bin durch und durch praktik praktisch veranlagt ja natürlich brauchst du theorie auch irgendwo du musst aber wissen was für ein motor das und das ist gar keine frage aber dafür dass ich im endeffekt gar nicht großartig gelernt habe also wirklich null gelernt habe bin ich doch sechs beste aus meinem jahrgang geworden vielleicht bist du auch kleines naturtalent aber ein bisschen faul ja das kann sein also das mit sicherheit ich meine was mich bis jetzt noch ärgert ist dass ich wirklich um 0,04 punkte an meiner praktischen eins vorbei gerutscht bin ja ärgert ein aber mein gott ja du jetzt gehst du studieren da kannst du noch mal besser machen denke ich mir auch wie also wenn du jetzt mal so revue passieren dass wie ging das denn für dich alles nachher weiter also du bist ja von diesem also theoretischen teil du konntest sehr schnell alleine arbeiten so wenn du zweites drittes lehrer machst hast du dich nachher schon im dritten lehrer mit deinem vorkenntnis quasi gefühlt als wenn du vollwertiges mitglied des also vollwertig arbeitendes mitglied der werkstatt gesehen ich persönlich nicht nee also ich wusste immer ich bin ich bin azubi ja ich bin ich bin lehrling ich bin hier um was zu lernen meine firma und das rechne ich aber dann auch irgendwo hoch an hat mir halt viel viel oder ziemlich schnell das vertrauen geschenkt zu sagen okay wir wissen was du drauf hast das was du zutraust lass uns nicht auch einfach machen jetzt haben wir einen servicetechniker der ist bei uns halt für die komplette fehlerdiagnose also alles was elektrisch und fehler suchen so angeht ja wo man jetzt im urlaub ist das waren wahrscheinlich die zwei lehrreichsten wochen die ich im jahr dann immer habe weil ich dann immer zu ihm ging und da habe ich das wissen auch aufgesaugt wie ein schwamm also man muss dazu sagen der ist noch so einer vom alten schlag den fragst du irgendwas der weiß hundertprozentig woran es liegt ohne das auto gesehen zu haben ja und das wissen nimmst du einfach mit die haben mich zwar als vollwertiges arbeit oder arbeitendes mitglied der firma gesehen so ist es nicht weil somit hatten sie natürlich auch irgendwo kapazität noch das ein oder andere auto mehr einzuplanen ja ich habe die aber auch natürlich auch immer mal auf dem boden der tatsachen geholt und gesagt jungs ihr wisst schon dass ich nur dürft bin also giano wenn da jetzt irgendwas schief läuft will ich nicht in eure haut stecken also so ehrlich war ich dann zu mir dann selbst auch klar ich wollte gerade fragen was also was war das einprägendste was du je in deiner ausbildung gelernt hast wo du wirklich so wow hattest du so einen moment das wow das wow als man mir gesagt ja doch eigentlich schon gibt es sogar zwei das erste war dass die volkswagen bewiesen haben dass eine reparatur man muss ja sagen so hersteller geben ja reparatur leitfällen das heißt die geben die sagen dir wie du was zu machen hast und wie viel zeit du darf du brauchst also wie viel zeit quasi der service berater da wo ich jetzt momentan stecke dann halt auch dem kunden berechnen darf und der erste moment war für vom crafter der hatte einen liegenden längst liegenden motor wo der turbolader getauscht werden musste und volkswagen einfach zu beweisen dass es schneller geht weil für 16 stunden arbeit für den turbolader das hatten wir schon echt viel ja dann haben wir dann haben wir dem bewiesen dass auch in sechs stunden geht einfach den motor ausbauen turbolader raus turboladerein motor wieder einbauen und der nächste moment war eigentlich als mein meister mir den aufrag gegeben hat an einem audi a3 3 liter v6 die zylinder kopfdichtung zu tauschen wieso ja weil zylinder kopfdichtung bei einem v6 ist nicht gerade die tollste arbeit nicht vom 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 bohr geil ich schraube es an einem v6 rum sondern einfach vom arbeitsaufwand her weil du halt viele kleinigkeiten beachten muss oder auch viele schrauben über mehrere tage im kopf haben muss wo welche hingehört ist einfach so eine arbeit ich glaube ich freiwillig würde ich sie wahrscheinlich nicht noch mal machen war mühselig okay aber das war cool dass du mir das vertrauen geschenkt hat gesagt hat hier fang mal an bis die nächsten drei tage beschäftigt viel spaß so quasi du bist übrigens entschuldigung die wort weil du bist übrigens auch der penner über den sie sich jetzt aufregen dass sie in turbolader in sechs stunden wechseln wissen das bist du dir bewusst ja also im ganzen konzert du bist jetzt der penner auf den alle sauer sind glaube ich nicht weil die haben es bis jetzt noch nicht geändert ach so ja gut eine frage die mich immer extrem fasziniert oder wo ich immer sehr viel darüber nachdenke arbeitet ihr sehr sehr viel mit bedienungsanleitung oder ist das einfach so ja komm raus macht die schraube raus und legt die irgendwo hin und beschrifte das bedienungsanleitung in der dreh also grundsätzlich sage ich jetzt einfach mal nein weil es sind so dinge die schraube raus drehen schraube rein drehen das kann jeder bedienungsanleitung brauchen wir wirklich nur wenn es darum geht drehmomente zu haben ja also welche schraube mit wieviel drehmoment oder drehwinkel angezogen weil das kannst du dir alles nicht im kopf behalten ich sag mal so 40 prozent von den alltäglichen dingen die habe ich noch im kopf alles andere muss noch mal nachgucken das ist klar oder halt wenn es um sachen wie ventil deckeldichtung zylinder kopfdichtung turbolader kalibrieren und so dann gibt es halt gewisse messwerte oder reinfolgen wie du eine schraube zu lösen hast oder festzudrehen hast da guckst du sicherheitshalber noch mal nach aber ich sag so ansonsten lernen by doing einfach machen was früher raus was einfach so raus ging kriegst du auch irgendwie wieder rein ja gut du ich habe mir witzigerweise ich habe mir letztens ein video angeguckt das hat jetzt nicht viel mit kfz michael zu tun wo jemand in neuen octavia strippen gezogen hat und diese ganzen plastiverkleidung abgemacht hat und das ist ja mittlerweile ich denke mal das weißt du ja auch die sind ja da sind ja nur solche nubbeln so eine plasten nubbeln dahinter und die ganze ja dann so raus klicken sozusagen ich habe eher so wenn ich das machen würde würde ich alle abbrechen ich würde sie alle abbrechen glaube ich und hätte die teil der hand ja gut mit den mit den klipsen ist das halt immer so eine sache du ich weiß ja nicht wie viele klipsen ich am anfangs verbrochen habe einfach weil du den den umgang damit oder diese diese finesse dahinter nicht so wirklich wahrgenommen hast aber das ist so dinge ich glaube wenn du wenn du jetzt sagst zerlegt man den innenraum von 100 klipsen wird mir wahrscheinlich jetzt noch einer kaputt gehen weil das hast du irgendwann im blut so auf gut deutsch gesagt ja aber das ist kann je nachdem also kann schon tricky werden hast du schon mal ein auto komplett auseinander genommen also wirklich von von 100 prozent auf null auf null nicht aber ich sag mal so oft 30 also so dass dann quasi nur räder und fahrwerk sind oder wie ja quasi das fahrwerk und die grund daraus verstanden noch ansonsten wurde die karte komplett zerlegt war das für den job oder privat ne für den job war ein unfall war ein golf 6 gti adidas edition glaube ich wenn ich mich nicht irre wo ein bus reingekracht ist auto war genau drei tage alt und hatte vielleicht 400 kilometer gelaufen und auto kommt an und wir denken so ja alles platz total schaden und drei tage später kam das in dummer weise muss dazu sagen also wirklich dummer weise werden die noch ließen weggegeben oder ausgeschlachtet oder whatever kam dann unser damaliger serviceberater und sagt hier was ich schon gesagt wir reparieren ja gut dann stellst du erst die frage wo fängst du an da war ein loch im getriebe also in der getriebehülle da ist die getriebeglocke kommt auf jeden fall neu das dach war deformiert er hat neues dach bekommen du hast die karre komplett zerlegt einfach um die karre neu zu richten also wenn mich irgendeiner fragen würde heute ich würde direkt sagen nee ist ein wirtschaftlicher total schaden pack weg das ding war ein bisschen blöd aber ich war bestimmt drei wochen beschäftigt also dementsprechend kann man auch drüber im wechseln sag ich mal hey du hast wenigstens was gelernt ja definitiv würdest du sagen mit dein mit der zehn jahren berufserfahrung dass von den anfangs jahren in denen du dich bewegt hast bis heute dass ich dort so sag ich mal die mentalität geändert hat von reparieren zu einfach austauschen ja definitiv problem ist halt kfz-michatroniker oder alles was mit der werkschaft zu tun hat die werden ja insgeheim ja quasi als zeile tauscher bezeichnet ja weil ist kaputt kommt neu arschlecken ich glaube meine letzten zehn jahren kenne ich abgesehen von meinem besten freund den selben beruf gelernt hat ziemlich wenige die ich sage es mal noch wissen wie man ein vergaser einstellt zum beispiel eine zündung einstellt wie eine lichtmaschine von innen aussieht oder ein anlasser was so ein lichtmaschinen anlasser sind so für mich die beiden parade exemplare weil es ist simple technik die aufeinander kommt und b ich würde mal behaupten die mentalität von den mechanikern heute das ist halt einfach so ja komplett alles neu weil es günstiger als das ganze ding zu reparieren und vom preis leistungsverhältnis her weil ich sag mal so ein anlasser zu zerlegen und zu reinigen zu fetten kann unter umständen je nachdem wie groß der schaden ist teurer werden als das teil einfach zu tauschen muss man leider gottes so zugeben ja allerdings bin ich eigentlich noch bin ich für mich froh darum dass ich noch weiß okay ich weiß wie so ein ding von innen aussieht das heißt wenn irgendeiner ein problem hat dann kann ich sei es familie freunde und irgendwelche bekannte dann kann ich das ding auch einfach kosten günstig zerlegen gerade die kohlebürsten tauschen fertig hast du die selbe lichtmaschine nur innen erneuert ja also die mentalität ist auf jeden fall wirklich ehrig um teile tauschen gegangen traurigerweise traurigerweise ja ist es schade zu hören was wird was wird ja mit den alten teilen gemacht werden die irgendwo anders mal repariert oder gehen die einfach auf dem auf den müll die 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 werden repariert aber halt beim hersteller ne also sagen wir mal lichtmaschine das sind dann oder da reden wir von so genannten austauschteilen du bekommst eine neue nur gegen eine alte auf gut deutsch gesagt ja heißt die alte baust du aus brauchst die neue ein und die alte schickst zurück und da wird es halt komplett general über general überholt okay ja weil sonst wäre es ja wirklich quatsch wenn man das reparieren kann das dann einfach weg zufeuern ist ja bescheuert ja sehen wir auch so ich glaube wir haben das bei uns unten im lager haben bestimmt noch so gut wie für jedes auto noch irgendeinen austauschteil was wir von uns aus grund erneuert haben weil es gibt ja immer so die die leasing fahrzeuge ja da nehmen die leasing aus wie eine weihnachtsgans bin ich ganz ehrlich weil jetzt warum sollen sie es nicht bezahlen aber du hast auch natürlich auch kunden die halt nicht gerade mal das nötige kleingeld haben ja so dann weißt du okay da unten liegt noch irgendwas holst es gerade verkaufst es dem günstiger aus der hälfte vom vom vk und dann ist gut hast du gerade gesagt ihr nehmt die leasing leute aus wie eine weihnachtsgans ja das bedeutet jetzt was es gibt gewisse wechselintervalle wie zum beispiel beim öl oder bremsen scheibenwischer wie auch immer ja und die leasing die hat dann ihre intervalle diese bezahlen ja auch die bezahlen wenn irgendwas fällig ist halt so runtergeschraubt dass wir dann halt sagen okay wenn das auto halt alle zwei jahre kommt dann wechseln wir automatisch egal wie gut es aussieht dann wechseln die bremsen halt einfach mit ja kenne ich ja klingt das scheiße ne ja ich sag mal bester bester fall werde ich nie vergessen da war ich in meinem dritten ausbildungser da habe ich mit meinem chef angelegt weil wir hatten audi a4 gehabt leasing fahrzeug zwei liter turbo diesel da soll ich die bremscheiben und beläge vorne wie hinten wechseln und denkst du ja okay und dann mach ich reifen runter und denkst du hey die haben doch noch 70 prozent warum soll ich die neu machen bin das büro habe nachgefragt ob es so richtig ist ja es ordert 60.000 runter ist ja und die sehen doch top aus also damit könnte ja noch weiter 180.000 fahren lange rede kurzer sinn ich habe sie getauscht leasing hat bezahlt ja also das ist bei meinem fahrzeug sieht das auch immer so aus ich freue mich auch immer wenn ich rein muss da kriegst du auch alles komplett ihr neu ja quasi das ist echt interessant mach du um mal kurz vor dem chat einzugehen ja hat also einer gefragt um das agr ventil wieder reparieren kann oder neu kaufen so kleiner tipp von mir du kannst es reparieren wenn ultraschallgerät hast also ultraschallreinigungsgerät ultraschallbad da einfach reinschmeißen und anderthalb Stunden laufen lassen dann dann läuft es eigentlich weil in der regel ist es einfach nur verguckt da hast du es was waren so das schönste auto wo du dich daran erinnern kannst wo du die ganze zeit grinsen musstest an dem du rumgeschraubt hast schönste auto an dem ich rumgeschraubt habe mit oder ohne probefahrt das wäre es eine wichtige frage mach beides ohne probefahrt glaube ich war es ein porsche was waren das 9 13 der jetzt knapp 80 jahre ist so von der arbeit her allein so einfach so einen alten uhr waschechten porsche boxermotor den öl zu zerlegen sag ich mal öl zu zerlegen öl zu wechseln vergabe einzustellen so das war so vom das wertvollste auto sag ich einfach mal weil ich jetzt den kunden letzte woche wieder getroffen habe und er mir das neue wertgutachten geschickt gezeigt hat ja und das geilste auto und da kommen wir jetzt zum thema benzin im blut mit probefahrt war ich das fahrwerk und die bremsen vom audi 8 gewechselt habe und dann die bremsen eingefahren habe also da hast du da hast du dich schon wie long long silver gefühlt auf der straße wie oft bist du denn probegefahren na ich habe das fahrwerk getauscht mit probegefahren und zeitdage später wollte neue bremsen haben also häufiger ja also ich glaube mittlerweile bin ich das auto jetzt schon acht mal gefahren natürlich auch regelkonforme kilometer teilen ja natürlich gut prima also ich also ist jetzt nicht so gewesen dass der kunde gesagt hat wenn ich bock hätte würde könnte ich mit ihm auf die nordschleife die bremsen einfahren gehen hat er gesagt hat hat er gesagt und haben wir gemacht ja gut das ist ja wohl normal in der gegend würde ich sagen kommt aufs auto an und auf den kunden glaube ich eher aber ja gut aber ich sag mal a8 da wird ja schon nicht a8 er acht ach er acht ja das ist ja noch mal eine andere kategorie 4,2 liter ja okay da ist ein bisschen mehr bumm bumm drauf quasi ja ich habe das ich habe nur a verstanden ich dachte mir ach so nee nee er acht das ist ja auch schon fast eine viertel mille oder das ding glaubt er hat innerhalb von einer woche hat er knapp 18.000 euro bei uns gelassen aber nur teile wechseln oder neu und anders nur teile wechseln fahrwerk gut das fahrwerk allein hat er schon fast sieben gekostet dann die bremsen da hat er noch neue reifen gebraucht normalen ölwechsel ja ja kommt einiges hinzu aber aber ich sag immer wer er acht fahren kann muss auch er acht zahlen können ja gut das ist korrekt ja wie waren so jetzt deine deine entwicklung die die letzten jahre nach der ausbildung also hast du gleich bist du gleich voller esse rein oder hast dich danach immer noch ein bisschen ran gehangelt weil du hast ja gesagt du bist im selben betrieb geblieben genau also ich bin habe meine lehre eigentlich ich sag mal ganz normal abgeschlossen abnehmen oder habe ja im letzten im dritten lehrer schon meine zusatzverlustration für karosserie mechanik und instandsetzung gemacht heißt im umkehrschluss nach meiner ausbildung war ich dann quasi auf dem papier abteilungsleiter für die abteilung karosserie mechanik und umfallinstandsetzung habe das dann auch weitestgehend eigentlich gemacht so im umkehrschluss also das heißt neben dem tagesgeschäft wenn die umfälle da wären da waren jeden umfall kann man unter meine hand und wo dann im nachhinein habe ich mich ein bisschen mein serviceberater schwer getan weil ich halt immer so gedacht habe so der typ der vorne sitzt und dem kunden irgendwas kaufen sollte sollte auch wissen wovon er redet und da haben wir wahrscheinlich dieses klischee von bürohengsten die einfach nicht wissen was er da gerade sagen und man in der werke hat sich halt immer beschwert und ich glaube ich bin jetzt seit drei jahren ja doch vor drei jahren hat unser alters serviceberater gekündigt und dann habe ich mich auf die stelle beworben einfach weil ich das technische know-how habe und halt auch quatschen kann wie ein junger gott wie man schon immer so schön sagt ja dann habe ich dann irgendwann ich will sie sagen umgeschult aber ich bin dann letztendlich dann von der werkstatt ins büro gegangen okay das heißt dann umgeschult also muss es nur extra lehrgänge machen soll ja quasi das wird das perfekte verkaufen am kunden jemanden so insgeheim sagt ja okay ja man hat das so ein bisschen kundenakquise zusatzverkäufe gestalten die nimmt man oder wie beschricht man das ein intervallwechsel im kunden zusammen wie berät man den und so das kommt dann alles dann auch hinzu und dadurch dass ich halt meine lehrgänge halt so dann bei volkswagen gemacht habe merkt man halt auch schon wie viele bürohengste es halt wirklich gibt die auch im posten sitzen weil ich glaube mit mir gab es genau drei weitere die aus der werkstatt kamen ja und es gibt ironischerweise wie volkswagen gibt es genau für diese leute den lehrgang techniker eine technik für nicht techniker damit die halt auch irgendwann mal wissen worum es geht ja den macht nur keiner oder was ne eigentlich nicht also ich sehe es ja meinem lageristen wenn der wenn der kunde irgendeine frage hat zu irgendeiner reparatur oder so dann klingelt mein telefon direkt weil er den einfach zu mir rüber stellt ja gut ist ja aber erstmal auch gar nicht so verkehrt der weiß halt wie er andere sachen dann ja gut was ich meine ich will jetzt nicht schlecht reden um gottes willen aber was weiß er großartig der weiß wo schraube xy in seinem lager sitzt und er weiß wie man satzteile bestellt erstmal so pauschal gesagt der kümmert sich wirklich nur um satzteile ja aber dann hat er ja wenigstens eine funktion und die führt er aus das ist richtig das siehst du zusatzfunktionen die ich noch dazu habe ich habe letztes jahr von der dekra meinen lehrgang zum gutachter gemacht das heißt ich bin jetzt sogar selbstständig in der lage gutachten zu erstellen ja und ja kleines geheimnis dafür muss man nicht unbedingt studiert haben wie manche meinen okay und ja mittlerweile vermisse ich die schrauberei also ich schraube ja immer noch so ist es nicht aber ich bin halt beruflich gesehen mittlerweile nur noch mehr im büro als dass ich irgendwo am rumschrauben bin und da die frage ja schon kam vom liebten an timmy private projekte nehmen noch nicht noch nicht alles klar du machst du hast doch das die ganze unseren unseren ich mache das doch nicht mit absicht okay entschuldigen sie du musst ja auch du musst doch am leitfaden dranbleiben man am leitfaden ach das ist ja die ach das ist ja die du mir gar nicht geschickt hast stimmt da war was nee ich interview dich doch einfach nur und fühle dich durch und dann am ende so hey let's go feuerfrei okay okay aber wie gesagt äh schrauber durch und durch gar keine frage benzinblut nach wie vor äh sonst wäre ich ja nicht auch äh wissens Simulation verfallen ja die günstiger sind als einfach äh ein rennteam beizutreten oder so ja und ja da kenne ich die richtigen preise mittlerweile auch alle ähm mittlerweile ich will nicht sagen büro büro hängst geworden aber ich sag mal büro mitarbeiter mit dem technischen know how wie geil das klingt büro mitarbeiter mit dem technischen know how ja ich bin halt kein ich bin halt keiner von der bürokraft die wirklich null plan haben ja ne also wenn ein kunde mich anruft und sagt ich hab ein problem beim auto dann weiß ich schon was für fragen ich ihm stellen muss ja um für mich schon einzugrenzen in welche richtung es geht damit ich das den mechanischen sagen kann damit der weiß was auf ihn zukommt ja weil das ist jetzt dieses typische beispiel und äh oder dieses klischee und ja das habe ich auch schon erlebt äh da kommt eine frau rein und sagt ich hab ein problem beim auto da frage ich was für ein auto ist es ein rotes hahaha ja geil super äh gibt viele autos in rot und vor allem welches rot ne dann fängt man schon halt so gegenfragen zu stellen und meine mechaniker sind dankbar drum weil ich ihnen einfach sage pass auf das ist das problem die und die richtung dann wissen sie schon okay ich muss jetzt nicht erst mal von vorne bis hinten gucken sondern ich kann das erst mal auf einen punkt eingrenzen ja und ich liege eigentlich und ich habe oder ich habe eine erfolgschance von meinen äh theorien zu ja doch 90 prozent stark ja bist du traurig darüber dass du irgendwann äh aus dem physischen bereich rausgegangen bist ja also wir haben bis vor corona und ich hoffe das kommt auch wieder ähm samstags auf gehabt ne also samstags nochmal für vier stunden und ich war der erste der gesagt hat gut klark mich mit ein so bleibe ich halt noch ein bisschen der 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 schrauberei äh am ball gerade was die was neue techniken betrifft e-fahrzeuge oder generell die neuen autos ähm da war ich direkt heiß drauf dann habe ich auch wirklich freiwillig dann den samstag noch mitgemacht ähm jetzt seit corona oder durch corona haben wir samstag halt geschlossen gehabt ich glaube das war so bei so gut wie allen firmen so ja ähm aber wir sind es auch momentan nicht auf dem trip dass wir sagen wir machen samstags wieder auf so das ist so wirklich mal so ein knackpunkt den ich eigentlich schade finde also man kann schon sagen wenn wir das jetzt mal weil jetzt spielen wir da mal weiter man kann schon sagen dass du sehr fleißiger mensch bist oder ja ja workaholic würde ich jetzt nicht sagen aber es geht zumindest in die richtung ne fleißig halt ja kann man sagen weil du wenn du jetzt sagst so du hast ja wahrscheinlich nicht nur dein dein schiedsrichter äh da sein als hobby sondern was da kommt noch mehr dazu oder nicht mit sicherheit ach so ja gut sehr gut aufgepasst ja ja ähm hey im grunde genommen wenn du wenn du jetzt mal an an die heutige zeit denkst was diesen job so ausmacht warum denkst du gehen viele leute nicht mehr in in diese richtung und wären dort tätig also ihr seid ja bestimmt auch so eine ab abnehmende zunft oder ja definitiv ähm groß und ganz sag ich einfach mal es liegt daran dass das ich will nicht sagen dass das berufsbild des kaffzeitmännische tronisch kaffst unantraktiv ist ähm ich glaube der größte punkt und da rede ich glaube ich gerade allen handwerkern vom herzen äh ist die bezahlung das ist einfach so das ist fakt ähm du buckelst dir acht stunden äh körperlich den arsch ab und kriegst dafür ja gerade mal so ein bisschen mehr wie ein apple und ein ei auf gut deutsch gesagt ich denke mal das ist so ein punkt die die jugend von heute ist eher so daran interessiert ja ich mache abitur und dann studiere ich und dann verdiene ich ganz viel kohle ähm oder ich gehe in die industrie weil da verdient es halt auch deutlich mehr ich merke das ist gerade bei meiner freundin die arbeitet im lebensmittelbetrieb äh wenn ich gucke was sie verdient und was ich verdiene dann schlackern mir die ohren jeden oder aufs neue so für dafür dass sie halt ich will nicht sagen weniger macht wie ich aber gerade gucken ob die nicht gerade hintermischend ne ähm aber die macht theoretisch weniger ich glaube so die vergütung oder oder die entlohnung ist so eine der äh gravierendsten punkte generell in der handwerks oder gerade bei uns in der kfz-branche ja so dann hast du natürlich das problem kommt auch an wo du hin willst ich arbeite zum beispiel in einer vertragswerkstatt äh und die meisten kunden gehen halt mittlerweile hin und sagen ja warum soll ich in eine vertragswerkstatt gehen wenn ich das ganze auch ich sag es mal zur hälfte in der freien werkstatt hinkriege ja so dass die hersteller sich dann aber dann auch gedanken drum machen und sagen gut dann baue ich das so dass keine freie werkstatt mehr daran arbeiten kann äh ich sag mal leben und leben lassen ich kann die kunden auf der einen seite verstehen wenn sie sagen in der freien werkstatt ist es günstiger oder wir wechseln die bremsen lieber selbst äh weil es da günstiger ist weil sie ja nur die teile bezahlen ich sehe das ganze aber von einem anderen oder doch durch einen anderen aspekt weil man sich da halt auch viel ins eigene fleisch schneiden kann und das ganze problem ist du hast so ketten wie atu und karglas und haste nicht gesehen ähm die das geschäft zu 80 prozent eigentlich doch mit mehr kaputt machen als man es kaputt machen kann ok die drücken die preise immer weiter und immer weiter und immer weiter angeln sich zum beispiel und da sind wir wieder beim thema umfälle äh die ganzen versicherungen ran weil die sagen ja komm wir machen es dir für 60 euro die stunde das kann die in der vertragswerkstatt nicht anbieten ja ne weil wir sind halt auf die marke spezialisiert wir können dieses auto in und ausländisch wissen was wo ist was wie funktioniert das kann die bei atu kann das keiner sagen das kann die auch bei karglas keiner sagen aber die versicherungen sagen dann ja gut die sind günstiger äh dann schicken wir unseren kunden halt da hin und das hast du halt überall weißt du es so wie ich jetzt so in einem kleinen familienbetrieb wie auch die ganzen äh großen autohäusern man unterhält sich ja auch bei äh fortbildungen mit den anderen ja die haben alle dasselbe problem das ist eigentlich voll schade weil ja ja eigentlich schon also ich persönlich finde es richtig schade vor allem jetzt wo du es halt angesprochen hast und ich drüber nachdenke ich glaube ich bin jetzt 10 jahre lang in der firma ich glaube in den 10 jahren haben wir genau ein azubi nach mir gehabt wow und das ist dann schon krass in 10 und das am nöo kriegen ja jetzt so größen wie äh phoenix racing zum beispiel wo ein guter freund von mir die ausbildung gemacht hat oder äh auch mantra racing die haben das die haben eins für eins das selbe problem die haben ihre mechaniker gut die kriegen vielleicht aufschnitt mehr gesellen als jeder zu einfach weil es halt rennsport ist du kommst viel um die welt ja aber ich kenne auch genügend gesellen oder mechaniker die sagen ey ganz ehrlich ich mach das zwei jahre dann hör ich auf weil a du hast gelb bis zum umfallen weil das geld kannst du nicht ausgeben du bist ja nur auf achse ja äh und motorsport ist körperliche belastung ich behaupte es mal mindestens acht mal stärker als das in der normalen werkstatt weil da geht es aufs zeit da wirst du quasi für akkordarbeit bezahlt auch wenn es nur am wochenende ist ja aber die machen ja nicht nur am wochenende ihren motorsport die sind das zum beispiel fangen sie an äh montags fangen sie an den motor zu zerlegen oder das getriebe zu zerlegen alles wieder neu einzumessen das auto mittwoch fertig ist donnerstag verladen wird freitag geht es los auf die rennstrecke und sonntag nacht montag morgen kommen die irgendwann wieder heim und dann geht das ganze viel von vorne los ja und da muss ich aber sagen so da die ganze KZ-Branche wirklich ein Problem ähm dank oder auch dank der Bundesregierung weil ähm oder der Berufsgenossenschaft oder wer auch wie man es auch immer nennt wer hier die Tarife äh regelt weil auf der einen Seite halten die Tarife so klein wie möglich verbieten dann die die Nachbarschaftshilfe oder wie man halt so schön sagt Schwarzarbeit wundern sich dann aber wenn jeder Handwerker das nebenbei noch macht weil irgendwo muss er auch wieder in den Runden kommen der der Lebensstandard geht halt vom finanziellen her in die Höhe das ist der Trend der sich schon deutlich abgezeichnet hat weil alles teurer wird ähm und da braucht man sich halt auch nicht wundern wenn da jetzt so eine Berufsgenossenschaft nicht entgegenkommt und sagt ey wir müssen hier mal was tun wir müssen mal die Handwerker ein bisschen äh finanziell unter die Arme greifen damit die halt auch noch weiterhin bestehen bleiben aber da könnte ja nichts also da braucht man sich auch nicht wundern Gibt's denn äh bei euch jetzt zum Beispiel in der Firma irgendwie so Aufbauprogramme also ich mein wenn du sagst dass äh dass sie jetzt in 10 Jahren nach dir ein Azubi hatte dass dass die da irgendwie na wie soll ich sagen scouten oder so oder irgendwas anbieten um um junge Menschen anzusprechen die scouten grundsätzlich also was heißt scouten an und für sich kannst du es nicht nennen jetzt so wie beim Fußball oder so ähm aber wir sind natürlich ich sag es mal ähm ja du kriegst halt wenn du auf dem Dorf lebst kriegst du halt einiges mit ne so der und der du hast auch so die eine oder andere Bewerbung so ist es nicht aber halt hauptsächlich immer für ein Praktikum äh und nach dem Praktikum sagen die halt dann grundsätzlich ja das ist nicht so für mich natürlich versuchst du dann irgendwo das Ganze lukrativ zu halten ja mein jetziger Azubi zum Beispiel der bekommt von uns einen Führerschein bezahlt ja na einfach weil wir sagen okay ein Kassettler ohne Führerschein ist schon ich meine gibt es alles um Gottes Willen aber klingt halt dann komisch wenn man so drüber redet ähm aber wir versuchen halt alle irgendwo jetzt und wir haben uns unseren Azubi äh der bekommt seinen Führerschein bezahlt den haben wir in sämtliche Volkswagen Lehrgänge reingesteckt den wo du nicht unbedingt eine abgeschlossene Berufsausbildung brauchst sondern einfach nur damit der äh von unserer Seite aus sich halt wertgeschätzt fühlt ne schön dass du da bist schön dass du diesen Beruf ausübst dafür sollst du auch was bekommen ja ne ähm der wird übertariflich bezahlt also ich sag mal diese Ausbildungsvergütung die es so gibt da haben wir äh das ganze Ding nochmal ein bisschen angehoben dass er halt dass sich das Ganze halt auch ein bisschen rentiert weil wir wissen alle wie schwierig es ist mit so einem mickrigen Ausbildungsgehalt klar wenn du bei Mama und Papa wohnst dann ist es halt so äh kommst du mit klar aber es ist trotzdem schon was Feineres wenn du ein bisschen mehr verdienst als der Rest sag ich mal ja also ein rein klassisches Auto gibt es gar nicht wir sind in den Schulen unterwegs stellen dir das Berufsbild vor ähm aber ich glaube der Trend ist mittlerweile in meinen Augen so auszusehen dass die meisten alle zur Industrie gehen und ja ich würde nicht sagen was vielleicht noch was zukommt ist dass viele Werkstätten sich einfach Zeit lassen also ich sag mal wenn wir ein Auto reinkriegen wir gucken dass das Ding schnellstmöglich wieder draußen ist weil was will ich ein Auto drei Wochen bei mir haben und wir planen den Termin also die meine Kollegen haben keine Akkordarbeit ja aber die sind acht Stunden durchgehend beschäftigt mhm so ne so einfach alles klar du hast jetzt einen Unfall keine Ahnung Seitenschaden das Ding kommt Montag rein dann ist es Freitag wieder draußen inklusive Lackierung ja so dann kenne ich genauso gut auch Autohäuser die sagen ja bring mal rein vier Wochen kannst du wieder abholen ja das macht ja kein Kunde mit dann ja doch machen die meisten ja mit echt wundern sich dann ja weil die kennst du ja nicht anders ich hab jetzt von äh drei 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 oder vier Wochen hab ich einen Kunden gehabt der war vorher bei einem großen Autohaus in Koblenz also Koblenz ist halt bei mir so quasi um die Ecke ähm das heißt um die Ecke sind schon ein paar Kilometer aber nächstgrößere Stadt halt ähm und hat gesagt ja ich würde gerne mal einen Termin anfragen für normalen Service äh DSG-Wölwechsel Bremsen vorne und der Zahnrieg muss gemacht werden wann kann ich denn das bei euch machen hab ich gesagt wenn sie wollen können sie heute oder morgen schon vorbeikommen ja wie ja heute oder morgen kriegen wir schon irgendwie untergebracht ja wie Koblenz äh da heißt es frühestens vier Wochen ich so ja wir sind nicht Koblenz zack einen Kunden neu gewonnen ja wollte ich gerade sagen die kommen ja dann immer wieder ja also ich hab das bestimmt dieses Jahr und wir haben jetzt erst August 60 Neukunden generiert ja ja gut meine meine Mechaniker äh die vertrauen mir genauso wie ich dem den vertraue da weiß ich wenn ich plane kriegen sie es hin äh mit dem ich rechne wissen die auch ganz genau dass ich dafür sorge dass die halt den ganzen Tag beschäftigt sind ich mein klar Sommerloch hat jeder ne oder das Loch von Weihnachten bis Karneval das ist halt normal ja ja aber das völlig so gut es geht aber ihr seid jetzt äh du hast vorhin glaube ich gesagt wenn ich mich richtig erinnere ihr seid ein Familienbetrieb da oder? genau also den gibt es schon ein paar Jahre uns gibt es seit 1942 ja gut das ist natürlich ein anderer Schnack so oder ich mein kann man sich ja wie ein Uhrwerk vorstellen mehr oder weniger ja ja naja ich mein wir hätten gerne ein paar Mitarbeiter mehr aber da haben wir das Problem gut unser Jesse-Azubi der wird auf jeden Fall übernommen das weiß er auch ähm weil halt die Automobilhersteller durch die Elektro- und Hybrid-Technologie äh ja auch mehr Funktionen zu besetzen haben oder mehr Technik zu besetzen haben dementsprechend hat der quasi schon sobald er mit seiner Ausbildung fertig ist weiß er dass er einen sicheren Job hat da freut er sich bestimmt mit Sicherheit welches Lehrer ist der? erstes? drittes ja das ist doch mega geil dann ja wer weiß anderthalb Jahre noch genauso weitermachen wie es jetzt auch bloß sich lockerlassen ja und äh danach weiß er direkt dass äh der von ich sag das mal 500 Euro auf einmal das Doppelte verdient auf Deutsch gesagt ja für dieselbe Arbeit die er so 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 macht ja gut und dann hat er ja die ganzen Lehrgänge und Führerscheine etc. pp. gekriegt das ist doch super wollte ich mal sagen ich mein wenn dir wenn alle so lange bleiben wie du ich mein gut du orientierst dich jetzt natürlich um aber das ist doch klar das ist doch super der andere Azubi wurde wahrscheinlich erorbenommen oder? oder ist das der? das ist der 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 nach 10 Jahren da jetzt gekommen ist nach dir? ja genau genau boah das ist ja richtig schade für euren Betrieb dann quasi ja definitiv äh wir wissen halt auch nicht woran es liegt ich meine gut mein Juniorchef der kann mal ein bisschen cholerisch sein aber mit dem hast du eigentlich nichts zu tun das ist quasi mein direkter vorgesetze also wer muss ich nicht mit dem rum ärgern ja ähm aber ansonsten so in der Werkstatt das ist ein das wie du schon sagst das ist ein Uhrwerk ne also da hat jeder seine Aufgaben äh jeder kann die das Daily Business aus dem Affekt sag ich mal oder aus dem Arm geschüttelt ja sobald irgendwas Spezielles kommt sei es Fahrwerk Getriebe Motor hast du nicht gesehen dann kriegt der Mechaniker der darauf aufgebildet ist äh drei Tage vor Bescheid gesagt das hab ich wie sieht es aus wie lange brauchst du dafür dann wird das eingeplant fertig und dann läuft es aber auch dann braucht man auch kein Mechaniker sagen okay hm hör mal ich hab mich vielleicht kalkuliert weil das passiert bei uns nicht ja wenn jetzt der Kollege der bei uns für äh die Getriebesdustellung sagt ich brauche drei Tage für dann ist er in zweieinhalb Tagen äh spätestens fertig dass ich noch einen halben Tag Zeit habe für die Rechnung zu schreiben zum Beispiel ja und so gehört sich das auch eigentlich in meinen Augen und dann ist halt dementsprechend auch wirklich schade dass halt so wenig äh Anklang findet ja also gerade jetzt bei euch hört sich das ja relativ solide an so ja ähm jetzt hab ich noch eine Frage bevor wir vielleicht zu deinem Job nochmal Fragen zulassen und dann gehen wir in das andere Ding nochmal rein das will ich selber wissen wie sieht denn so ja ich muss ich hab nur einen Kommentar von einem Korreiter gelesen äh das kann ich bejahen oha jetzt wird hier hart geschossen aus allen äh aus allen Löchern ja das ist halt Konkurrenz ja wenn du so sehen bist ja 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 na klar alles gut ja alles gut ähm wie sieht denn dein normaler Tagesablauf aus wenn du das mal so runterbrechen müsstest in drei vier bis fünf Sätzen in drei bis drei vier bis fünf ja du kannst auch ein bisschen du kannst auch einen Moment länger machen ich wollte nur sagen halt jetzt mach nicht bitte eine halbe Stunde im Monolog nein 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 alles gut ähm morgens um sagen wir fünf vor acht bis zehn vor acht komme ich in die Firma rein fahre bei mir mein PC schon mal hoch ähm dann kannst du davon ausgehen dass der Rest der der Werkstattcrew auch schon da ist und da wir ja alles Raucher sind oder Kaffee-Liebhaber sind ähm ist es mittlerweile bei uns so Tradition geworden auch erst seit vier Jahren glaube ich äh dass wir uns draußen einfach mal zusammensetzen der eine raucht die Zigarette andere einen Kaffee da wird nochmal kurz drüber gesprochen äh was so diesen Tag ansteht was diesen Tag fertig werden muss äh oder was diesen Tag noch an Besonderheiten kommen von den äh Kunden sag ich das einfach mal her ähm und dann geht der Arbeitsablauf eigentlich schon los die Mechaniker kriegen ihre Aufträge oder die Aufträge sind schon abends vorher zugeteilt die Arbeiten ich bin Telefonist rechter Hand der Geschäftsführung äh Seelsorger der Werkstatt und äh ich heule mir die Schuld äh ich heule mir bei dir die Schulter aus für die Kunden ähm hab dann noch vertragliche Dinge zu klären wie es mit der Leasing oder der Post zum Beispiel wenn es da irgendwelche Unstimmigkeiten gibt ich schreibe die Rechnungen ich mache die Rechnungsprüfung vom Vortag dann haben wir meistens so oder haben wir so ein zwölf bis eins Mittag wenn es die Zeit zulässt gibt auch Momente wo du einfach durcharbeitest muss ich ehrlich muss ich dazu ehrlich sagen ähm wird nachmittags wird dann die Auftragsvorbereitung gemacht für den nächsten Tag dann kommt unser Werkstattleiter irgendwann um vier dazu bis dann hat unser Lagerist alle Ersatzteillisten bekommen die er braucht damit die Ersatzteile bestellt werden oder schon rauswillig werden können und um vier fange ich dann an mit dem Werkstattleiter durchzusprechen was dieses was an diesem Tag liegen geblieben ist und teile dann schon die Aufträge für den nächsten Tag den jeweiligen Mechanikern zu das vom Zeitablauf her passt und dann war ich Feierabend hört sich ja eigentlich nach einem relativ okayischen Tag an ja wenn man die Routine drin hat ja und sag mal als ich irgendwann angefangen habe damit das war schon stressig ja das ist mittlerweile mittlerweile hast du dir da so einen eigenen Rhythmus gebaut und äh wenn wir jetzt den Schraubertag äh nehmen würden also bevor du ins Büro gegangen bist äh warst du einfach acht Stunden am Auto ja an einem jetzt nicht ne also aber ja quasi quasi ja ne du hast bei uns in der Firma hat jeder seine eigene Bühne zugeteilt äh das ist halt so der riesige Vorteil dementsprechend kannst du auch besser planen ja du bist morgens reingekommen äh hast dich angestempelt bist rüber ins Büro gegangen hast geguckt entweder hast du noch ein Auto auf der Bühne dann machst du das gerade fertig oder du gehst einfach dann ins Büro gehst an dein Fach und dann ziehst du von oben immer weiter die Aufräge runter guckst du das Kennzeichen an holst das Auto rein machst die Arbeit fährst es raus gibst den Auftrag abholst das nächste Auto okay und das dann halt acht Stunden am Tag oder neun oder zehn je nachdem ja also wie Auftragslage halt ist genau ja so ich würde ich würde Chat jetzt wenn ihr noch also mein Fragenkatalog ist äh alle wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu dem ganzen Konstrukt könnt ihr die gerne loswerden wir gehen noch nicht in seine Hobbys rein okay das kommt gleich noch das dauert bestimmt auch mal eine halbe Stunde der Mann scheint wirklich ein bisschen viel zu machen in seiner Freizeit oh würde ich das nicht sagen ne würde ich auch nicht sagen so lass mal grad gucken jeder der 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 zum Beispiel Malle 107 hat er geschrieben dass er die Feierung gemacht hat dass die Vertragsverstätten nur noch Teile tauschen und nicht dem Fehler auf den Grund gehen ähm kann ich so nicht unterschreiben Teile tauschen macht eigentlich mittlerweile jede Werkstatt grundsätzlich jede weil wie der der Alex da drunter schon geschrieben hat es ist einfach mittlerweile vom Preis-Leistungsverhältnis kostengünstiger das Teil direkt zu tauschen als es zu reparieren so eine Lichtmaschine hast du getauscht in keine Ahnung eine halbe Stunde wenn du die auseinanderbaust reinigst guckst wo ist der Fehler die durchmisst dann das Teil bestellst wieder einbaust wieder neu durchmisst und guckst ob es funktioniert und wieder einbaust dann hast du da bestimmt schon 6-7 Stunden die allein nur dafür zustande kommen und da sind der Satz halt noch gar nicht mal mit einkalkuliert ähm Vorteil den ich jetzt allerdings sehe pro Vertragsverstattung ist einfach ganz einfach ist einfach ganz einfach auch gutes Deutsch ähm die kennen sich mit der Marke aus ne du gehst es du bist es bei mir mit einem Volkswagenbetrieb das heißt egal was für einen Volkswagen du hast wir wissen was an dem Auto dran sein kann und was nicht dran sein kann und dementsprechend arbeitest du auch ähm pro Freiberkstatt gar keine Frage die sind günstiger das ist Fakt da kann man auch leider nichts gegen sagen Nachteil ist die bedienen ja alle Marken ne also von Citroen über Mercedes über BMW Porsche Daihatsu Hyundai und wie sie alle heißen das heißt da würde ich noch nicht mal sagen dass die dem Fehler auf den Grund gehen weil die haben von der Materie des Fabrikats einfach nicht so viel Ahnung wie es die Leute in den Vertragsverstatt ist meine Meinung naja gut dadurch dass ihr ja nur am selben Auto schraubt äh ich meine viele viele Sachen oder ich sag mal einige Sachen die werden ja sehr relativ identisch sein von Auto zu Auto aber ihr habt ja das das technische Know-how dass ihr wisst an welcher also wo welche Schraube sitzt an welchem Auto ja gut das werden die bestimmt auch irgendwo wissen aber halt nicht so konstant wie wir weil die halt wirklich alle alle ganze Markenfacette bedienen müssen sollten ja Timi hat gefragt ob ich ein Auto hast du ein Auto wo du überhaupt keinen Bock hast dran zu schrauben und die Liebe in der U holst ähm ist eine geile Frage ich habe auch die ganze Zeit überlegt schon glaube ich aber boah lass mich nicht lügen der 8 ist es auf jeden Fall nicht der 8 ist es auch nicht also ich glaube es gibt bestimmt kein Auto ähm an dem ich arbeiten würde ich glaube es sind einfach nur so äh Kunden wo ich einfach sage boah nee gar kein Bock äh Beispiel Post beim Postauto weißt du ganz genau wenn du jetzt wenn du jetzt Montags mit dem Postauto anfängst dann ist dann kannst du am selben Tag deine Klamotten schon wieder tauschen weil du bist einfach nur eingesaut weil die Karren einfach dreckig sind wie sowas das ist halt leider Gottes so du meinst Post 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 wie die gelben Autos ja achso du meinst jetzt hier Transporter und sowas alles genau wenn du so an den schraubst dann weißt du ganz genau dann kannst du äh ja äh deine Klamotten schon wieder wechseln auf gut Deutsch gesagt weil du einfach weil die einfach so dreckig sind die kümmern sich halt um ihre Autos einfach nicht ne das ist so ja das ist mein Arbeitsgegenstand wenn das kaputt geht dann ist es halt so ja ist doch eigentlich auch ne okayische Mentalität oder nicht ja aber wenn das Auto von einem und demselben Paket Fahrrad dann äh dreimal die Woche da ist dann denkst du dir auch so jung also entweder weißt du nicht wo man wieder meinen Führerschein gemacht hat hast du es vergessen oder dir ist einfach alles scheißegal okay das ist natürlich dann schon wieder krass ja ja also Postautos das hätte ich jetzt aber auch nicht erwartet dass jemand sagt okay ich hab gar keinen Bock auf Postautos es ist es ist es ist sichere Einnahmequelle und ich glaub bei so gut wie jedem Volkswagenpartner so ist sag ich mal die die größte Einnahmequelle neben der Volkswagen Leasing zum Beispiel aber äh ehrlich ja krass also ich sag mal so kundenspezifisch über die Woche verteilt sind 20% Nullpostautos wow die Woche oh das ist ja aber das hätte ich jetzt echt nicht erwartet ja wir haben mittlerweile normalerweise hast du immer so einen äh ein Verteilzentrum von der Post was da bei dir in der Nähe ist das kooperiert dann mit dir mittlerweile haben wir ich shop aber sechs oder sieben Schlusspunkte also die tauschen die Autos dann alle miteinander dass das Auto was repariert werden muss dann bei uns ankommt abgefahren ja ey das ist halt so ein random Fakt den ich gerade den finde ich ziemlich interessant ich hätte aber gedacht die haben irgendwie was hauseigenes oder ne also die die haben Kooperationen für Unfälle das ist richtig die haben Kooperationen mit äh für Reifen also Reifen dürfen wir grundsätzlich nicht machen aus das geht nicht anders weil das Auto nicht mehr fahrbar ist ja ähm Windschutzscheiben müssen die zu glaube ATU weil die mit Carglass kooperieren soweit ich weiß äh Unfälle ist irgendein freier Karosseriebauer bei uns in der Gegend auch wenn die Post da das Auto lieber mittlerweile zu uns gibt als zu denen aber das ist ein anderes Thema ähm und was war noch wo wir nichts machen dürfen irgendwas war da ne das war's Unfälle Reifen und Glasschäden das ist ja krass und alles andere ist halt Volkswagen spezifisch die Fernsehschärten aber auch nicht das ist ja richtig interessant also die haben dann sozusagen äh Serviceverträge mit den mit den anderen genau genau Serviceverträge äh Volkswagen wo ich weiß dass die eigene Werkstätten haben das ist zum Beispiel die Polizei ja also da ist ich glaube zweimal bis jetzt ein Auto bei uns angekommen in den 10 Jahren wo ich da war aber einfach nur weil ja ist direkt vor unserer Haustür sag ich mal passiert ähm die Feuerwehr kommt definitiv zu uns die wird auch direkt priorisiert also sobald ein Einsatzfahrzeug kommt hat der ist erstmal Funkstille bei uns in der Arbeit da wird erstmal nur noch geguckt wer ist am schnellsten fertig mhm dass man es noch schieben könnte ansonsten muss ein Mechaniker seine Arbeit abbrechen und dann sich halt direkt mit dem Fahrzeug widmen ja so Fahrschulautos werden priorisiert obwohl ich das noch nie so ganz verstanden habe weil ich glaube auch ein Fahrlehrer ist froh wenn er mal ein paar Tage nichts machen muss auch wenn es Geld ist was er in dem Moment nicht verdient das ist auch logisch klar ähm aber ja ansonsten ähm ja das Feuerwehr hat man eigentlich immer meistens so mit irgendwelchen speziellen Firmen das ist halt super interessant das mal zu hören also weil natürlich also es ergibt ja Sinn äh wenn du es so jetzt hörst aber man macht sich darüber ja gar keine Gedanken zum Beispiel auch dass die Feuerwehr einfach priorisiert wird weil sie ja wichtig ist sie ist ja wichtig ja das ja also wir haben die also der Hersteller freibt vor dass je nach Reparatur ein Dienstfahrzeug von sogenannten oder vom sogenannten BOS System also Behörden und Organisation mit Sicherheitsaufgaben so heißt das ja auch fachdeutsch ähm nicht länger wie zwei Tage in der Werkstatt stillstehen darf also das heißt sobald ein Auto kommt versuchen wir das Auto spätestens am selben Tag wieder rauszuschicken ja kann ein bisschen umständlich werden also wir hatten es auch schon einen Fall gehabt von äh einsatzgleichfahrzeug von dem Getriebeschaden kam das Getriebe war nur noch in Unna lieferbar und dann ja hab ich mir den Stift geschnappt den Caddy geschnappt und dann sind wir erst nach Unna gefahren das Getriebe holen weil wir kein ja weil wir keinen Bock haben drei Tage zu warten ja ja klar ja also haben wir einfach unseren Arbeitstag auf der Autobahn verbracht zwischendurch beim Beckerstand angehalten Eis essen gegangen fertig auch die schönen Dinge des Lebens wenn man der Feuerwehr helfen muss nicht genau man kennt's man kennt's ja geil ey also was ist denn okay jetzt wenn wir wenn wir schon so in diesen Storys drinnen sind was ist denn so das Witzigste was dir mal passiert ist das Witzigste ja wo du wirklich heute noch gegeln kannst drüber ähm ich weiß nicht Werkstätten haben ja so eine gewisse Umfallverhütungsvorschrift an die man sich eigentlich halten müsste ähm so das Witzigste wo ich mich halt gerne dran erinnere ist halt noch mal äh war so quasi die erste Umfallreparatur die ich mit meinem Meister zusammen gemacht habe nachdem ich meine Zusatzausbildung abgeschlossen habe also quasi auch ein Papier mehr drauf hatte als er und wir an dem Golf 4 den Schweller getauscht haben und du musst ja ähm deine Teile neu schweiß musst du ja auch alle wieder Hohlraum versiegeln ja was ja auch logisch ist und äh mein Meister kam dann auf die Idee das Hitzeschutz oder das ähm die Fläche hinter dem Schweller einfach schon mal vorzuversiegeln und an den Schweller dran zu schweißen dann habe ich dir natürlich gesagt das ist keine so gute Idee und Golf 4 hat quasi auf äh gegen Ende der Fahrertür also wenn du die Tür aufmachst unten am Schweller gegen Ende da wo die B-Säule ist so ein Entlüftungsloch und der meint ach das wird schon gut gehen hat dann quasi so eine Flasche äh so eine ganze Dose Hohlraumversiegeln reingetan ist dann immer wieder weiter am Schweißen gewesen kam immer näher dem Entlüftungsloch ja und dann hat es Puff gemacht und der Meister lag auf allen lag auf dem Rücken alle 4 von sich gestreckt und Kohlrahm schwarz im Gesicht ja ähm hat ein Knall gegeben meine Kollegen also wir hatten die Karosserieabteil unten gehabt und meine Kollegen haben nur ein Knall gehört sind runtergegangen und haben sich dann äh haben mich dann nur blöd angeguckt und gefragt was passiert ist habe ich denen erzählt ja dann haben wir alle angefangen zu lachen auch der Meister ne so da kam natürlich dieses mürrische es tut nichts so als ob du recht hattest und wie es halt so ist oh man wie gut ja die alte Schule ne da bist du ja da bist du ja noch durchgegangen quasi genau so ich meine andere oder die lustigste Szene oder die lustigste wirkt also wirklich was heißt lustig es tut mir eigentlich schon fast leid aber äh lustigste ist wir sind in der Mittagspause sind wir haben bei uns um die Ecke haben wir direkt den Autobahnrasthof da war halt so Burger King oder Meckes halt sind wir hingefahren und kamen Streifenwagen angefahren und wir haben die einfach nur darauf hingewiesen dass der Turbolader sich nicht ganz gesund anhört ja und wie die Sternejäger halt so sind die denken die sind was besseres ja und ähm wir sind dann wieder nach Hause äh wieder zur Firma gefahren und ich glaube zwei Stunden später ist der Streifenwagen dann bei uns direkt vor der Haustür angefahren auf einmal so einen großen Knall gegeben und eine riesige Öllache war auf der Straße Ende vom Lied der Turbolader ist geplatzt hoch ja und wir standen da alle so und haben uns also ich glaube bis auf unser äh sagen wir mal ausländische Mitarbeiter der halt frei Schnauze ist ne wir haben alle Stillscheiben bewahrt und der ist halt dann raus aus der Werkstatt am Sommertag ja tja kommt davon wenn du uns nicht glaubst ne das war so also wenn wir uns darüber so Weihnachtsfeier mäßig noch drüber unterhalten dann lachen wir uns alle noch wirklich äh klapp darüber ja oh man nach Rennleitung ohne Turbolader ja richtig das hat geil also hast du schon so in 10 Jahren hast du schon ein bisschen was erlebt würdest du sagen ja kann man so sagen aber technisch auf jeden Fall bereust du das dass du das gemacht hast den Weg nicht einmal also ich würde also es gibt vielleicht ein paar Entscheidungen die ich vielleicht anders gemacht hätte aber bereuen grundsätzlich nein ich würde es genauso wieder machen ja ne aber abhängig von der finanziellen Seite sag ich mal so aufgrund Deutsch gesagt das ist halt immer so ein Punkt der ach ja wo man drüber nachdenken muss aber so vom vom von der Leidenschaft her oder vom Know-how was ich jetzt letztendlich habe ne würde ich genauso wieder machen ganz klar vielleicht würde ich die Ausbildung im Hotel weglassen und früher anfangen das ja aber ansonsten so die Berufswahl gewählt zu haben oder getroffen zu haben jederzeit wieder jetzt habe ich eine einzige Frage noch zum Auto ja frag was fährst du privat ey ich fahre einen Golf Plus 1,4 Liter 75 PS 60 KW quasi so ein Rentnerauto so ein gemütisches Ding ich bin aber auch 1,90 groß deswegen kommt mir das ganz gelegen ähm dass ich halt ein bisschen höher einsteigen kann meine Freundin fährt dagegen Audi A3 ein bisschen neidisch ja aber gibt schlimmeres es fährt von A nach B hat hoffentlich auch bald wieder TÜV hast du noch ein Garagenauto ich habe kein Garagenauto mehr aber du hattest mal ein Garagenauto Arbeitskollege und ich wir haben zusammen eine Halle also da stehen genügend Garagenautos für die Nachbarschaftshilfe äh ne eigentlich privat achso was schraubt ihr denn gerade wir bauen aktuell den zweiten Coralor auf allerdings also dann wird noch wirklich Coralo mit dem G60 schick ne aber der der ist also der ist wirklich bescheuert im Kopf also es gibt Leute die sammeln Handys und es gibt Leute die sammeln Briefmarken und er sammelt äh Autos also bis zum 6. GTI hat er jeden GTI den es gab da stehen besitzt ja ja das sind seine also Golf-GTI den Lupo-GTI den den die Polo-GTIs, der hat einen Rallye-Golf da stehen, der hat einen Passat Edition 1 da stehen, der hat einen Golf 2 Edition 1 stehen, der hat einen Golf 2 GTI Fire in Ice. Falls ihr das was sagt, ich weiß es jetzt nicht. Dunkel. Ja, der hat den Chirocco MK2 da stehen, der hat einen 1er Caddy, den gibt es eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Also der hat bestimmt 50 Autos. Ist er, also ist nur mal logistisch. Ist er auch Schrauber? Er ist auch Schrauber, jaja. Das ist mein Geselle, der mich ausgebildet hat damals. Ja, der hat sich seine Arbeit oder seinem Hobby verschrieben, ne? Definitiv. Wow. Stark. Also ist wirklich, er würde sich die wahrscheinlich irgendwo immer geholt haben und dann wieder komplett frisch gemacht, ne? Ja, ja, klar, natürlich. Der hat einen Golf 1 die erste Serie, das ist quasi der Golf, der keine Heckstoßdämpfer hat, sondern auch wirklich mit diesen, ähm, mit den Einrastschienen. Mhm. Der hat ein paar Zufall, weil er ein paar Golfs-Zeitteile in der Scheune, äh, gekauft hat, hat das Auto hinten gesehen und hat gedacht, alles klar, den will ich haben. So, das war wirklich so ein Zufallsgolf von dem. Ja. Und der ist jetzt momentan auf dem Trichter und das wird wahrscheinlich so das teuerste Projekt werden, was er, beziehungsweise wir, anfangen. Der will, ähm, den Urquadro wieder aufbauen. Kriegst du nur keine Teile für? Jo, jo. Und die Replikas musst du halt alle in England machen lassen, aber der hat einfach, der hat einfach Bock drauf. Okay. Wenn du Bock drauf hast, warum nicht? Wurde es ja eine Zeit lang dauern, bis du alles, bis du alles findest, aber... Hat er Kinder? Nein. Der ist alleine wahrscheinlich, oder? Nee. Der hat eine Freundin, die haben auch ein eigenes Haus. Aber die ist halt genauso verrückt. Die fährt ein Audi TTRS Plus, glaube ich. Ja. Entweder den TTRS oder den TTRS Plus, ich weiß das gerade nicht. Also der, der hat auf jeden Fall für seine Familie schon mal vorgesorgt, glaube ich. Schön. Definitiv. Das freut mich. Werdanlagen halt, ne? Ja, ja, genau. Das ist halt wie Uhren sammeln. Ja. Also, ist so ungefähr. Ja. Der, der Vater fährt da, äh... Der Vater von meiner Freundin, der ist halt... Der fährt da einen Uralt-Käfer. Ne, noch ein, noch ein 16. Richtig geil, also... Das ist so ein Auto, das gucke ich mir jederzeit immer wieder gerne an, ne? Mhm. Den höre ich mir auch immer wieder gerne an, wenn der mit dem Käfer durch die Gegend fährt. Das ist einfach so ein Klang, so nostalgisch, wo du denkst so, jo, alles klar. Kann man mal machen. Voll schön. Fahren würdest du so ein Ding freiwillig nie, bin ich ganz ehrlich. Na, schön würde das nicht sein, ne. Ne, aber ist halt geil. So, wenn du jetzt ja... Also, du hast ja... Wir haben ja jetzt von deinem Job gehört. Wir haben jetzt so von deinem Nebenbei-Hobby gehört und dann bist du auch noch Schiedsrichter geworden. War dir langweilig? Also, ja und nein. Also, als Schiedsrichter verdienst du... Also, hast du ja damals klein angefangen, aber ich glaube, ich war 14. Und du hast einfach ein Taschengeld dabei, äh, halt extra verdient gehabt, ne? Mhm. Du hast dich fit gehalten, du hast nebenbei noch Geld dafür verdient. Ähm, ich hab zwei linke Füße, also als Fußballspieler hat's wahrscheinlich nichts gebracht. Bin aber schon immer so Fußballfanatisch gewesen, also, warum dann nicht irgendwo anders Teil der Sache sein? Mhm. Ja. Aber ja, Boris, ich geb dir vollkommen recht. Die schönsten Autos, die Volksfragen hier gebaut haben, sind die alten Chiroccos und die Corados. Jetzt muss ich gucken. Ich find die Chirocco gar nicht so schön. Was? Kollege, du machst dich halt unbeliebt. Ist mir egal. Ist das Chiro... Das ist dann halt Chirocco 1, oder? Ja. Mhm. Und was war das andere? Corado. Also, ja, Corado... Doch, Corado geh ich noch. Ja, wo jetzt... Also, okay, Corado geh ich schon mit noch. Aber, also... Naja, den anderen, das ist jetzt... Ja, kann man schön finden. Ist okay. Chirocco kann man schön finden. Ist okay. Ja. Muss man, muss man... Mhm. Ja, wobei, wenn du den MK1 jetzt nehmen würdest, als Referenzwert, ja, okay, kann ich verstehen. Wenn du den MK2 nehmen würdest, dann bist du wahrscheinlich auch bei einer Meinung. Ja. Weil den Chirocco, den man jetzt auch schrafen kann, das ist schon mittlerweile die dritte Generation, sag ich mal, ne? Und der Chirocco MK2, das war halt der erste Volkswagen, der wirklich seriemäßig mit BBS-Felgen ausgeliefert wurde. Ach, guck mal. Ja, siehste, ich hab ja... Ich hab wieder ein anderes Auto vor Augen gehabt. Ja, du hast wahrscheinlich den MK1 gesehen. Ah, nee, nevermind. Das ist schön. Das ist ein gutes Auto. Ich hab, warte mal, welchen hab ich denn gesehen? Diesen hässlichen hier. Ist das, warte mal, wenn ich Chirocco 1 gebe... Nee, warte mal. Ach, dann mache... Ach, den ganz neun. Ja, der Dreier. Ja, hier ist das. Nee, den find ich auch nicht schön. Der, der, genau, den hab ich gesehen. Der ist ja, also, Entschuldigung, aber da muss ich raus. Also, der Einser und Zweier, okay, aber der Dreier ist ja dann dieser modernere. Nee, den find ich... Ja, genau. Den find ich nicht so schön. Ja, den hab ich nix gesagt, dann mach ich mich doch beliebt. Aha, perfekt. Ich mag auch Kastenwagen lieber, aber ich fahr so mit dem Neuen, weil von mir aus der Community fährt auch einer so ein Ding und ich weiß nicht, was der daran so schön findet, außer dass er so einen dicken Arsch hat. Was, den Auto fährst du, wenn ich fragen darf? Ich? Yo! Geh zu Fuß, aktuell. Aktuell, weil Auto weg. Nee, weil ich mir eins bestellt hab und deine, deine, naja, ich sag's mal, deine Freunde aus der AG sind da nicht so schnell. Ach, mach da nix draus. Das wird auch noch dauern. Ich hab jetzt einen Kunden gehabt, Firmenauto, der hat sich im März das neue Auto bestellt und hat eine Lieferzusage bekommen für Mai 2023. Ja, ich hab mir im August letztes Jahr bestellt. Und kriegst du wahrscheinlich ein Glück als Ende des Jahres. Genau. Aber es ist ein Octavia RS Kombi. Ach ja, ist auch okay. Ja, Diesel und 4x4. Ja. Der wird wahrscheinlich der letzte seiner Arten sein dann. Ja, also ich hab mir irgendwann fest vorgenommen und das weiß meine Frau auch, wenn das Geld irgendwann da sein sollte, dann gibt's für mich nur ein Auto und das ist ein Audi RS6. Einfach hab ich auf zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens ist ja ein Familienauto und zweitens ist ja ein Spielzeug. Avant, ne? Logischerweise. Die gibt's nur als Avant. Ach so, okay. Ja, da bin ich letztens dran vorbeigegangen am Audi-Auto-Haus. Hab ich auch kurz, hatte ich kurz feuchte Tröschen. Hab ich auch überlegt, ob ich mache, aber dann hab ich mir gesagt, nee, machst du nicht. Also als ich die Felgen gesehen hab, war schon so, oh Gott. Geil. Ich wollte schon kurz mal so hinfallen, weißt du? Ja, ja, ja. Kenn ich, kenn ich. Ist für mich auch. Ich war vor Corona, als der RS6 da noch grad rauskam, waren wir in Ingolstadt im Audi-Zentrum gewesen oder auf der Audi-Teststrecke, die wir direkt um die Ecke haben, bei Abt. Und Abt ist ja bekennter Audi-Tuner. Ja. Oder die inoffizielle Audi-Tuning-Firma, wie AMG bei Mercedes zum Beispiel. Ja. Und als sie das Ding dann mal losgelassen haben mit der neuen Auspuffanlage, ja, die Glasfassade war im Vibrieren, ne? Und du stehst da und versuchst quasi den kleinen Krause da unten ruhig zu halten, weil der ansonsten wie Sparta stehen würde. Okay. Also das war echt so geil. Juhu. Also der war wirklich hübsch. Also es ist wirklich ein hübsches Auto. Ich mag noch nicht ganz so teure Autos, damit kann ich nichts anfangen. Ja, Schatz, und du bekommst eine RS3, ist in Ordnung. Ich? Nee, meine Freundin. Die haben bei dir einen Chat geschrieben, dass sie vorher eine RS3 bekommt. Ja, du. Warum denn nicht? Man kann sich auch mal was gönnen, ne? Wusche ich, wieso nicht? Jo, eben. Ähm, wie lange? Also jetzt lass uns noch mal zurückspielen. Wir hüpfen so viel rum, weil du so viel zu erzählen hast, weil du ja nicht nur eine Sache machst. Aber wie bist du denn zu diesem Schiedsrichter-Ding jetzt halt endgültig gekommen? Also warst du in einem Verein und hast festgestellt, ey, scheiße, ich kann nicht flanken? Nee, 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 nein. Also, ähm, ich hab als Kind Fußball gespielt und auch nicht gerade schlecht, aber das war halt so, ja, war cool. Dann hab ich die Fußballszene aktiv relativ früh wieder verlassen. Ja. Aber war immerhin auch so Bundesliga und Dorfverein gucken. Und du musst in Deutschland, muss jeder Verein eine gewisse Anzahl an Schiedsrichtern vorweisen können, um den Spielbetrieb in deren Kreis aufrecht zu erhalten. Und unser Verein hatte halt keine Schiedsrichter mehr oder hatte nur einen, brauchte aber drei und hat dann mich schon und da mal einen Kumpel gefragt und hab ich gesagt, ja, mach ich. Mhm. Ja. Gesagt, getan, Lärger gemacht, gepfiffen, 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 gepfiffen. Dann einen kleinen unschönen Vorfall gehabt, dann neun Jahre pausiert und dann wieder angefangen. Okay. Und wie lange machst du das jetzt schon? Also offiziell Schiedsrichter bin ich seit... Warte. Kann ich dir sogar auf den Tag genau sagen. Wir warten. Ja, das ist schön am Digitalen, da kann man sich alles direkt raussuchen. Äh, Stammdaten. Also offiziell bin ich als Schiedsrichter gemeldet seit dem 9.12.2006. Oha. Alter Vater. Hm? Das ist ja auch schon ewig und drei Tage. Ja. Und wenn ich so, wenn ich so ehrlich zu mir selbst bin, da wo ich gepfiffen habe, wäre ich als Spieler niemals hingekommen. Ja. Also definitiv nicht. Hast du Bundesliga gepfiffen schon? U19. Nicht schlecht. Was war denn der unschöne Vorfall, der da passiert ist? Hast du dich verletzt? Äh, ne. Nee, ich wurde nach dem Spiel zusammengeschlagen. Oh. Von? Dein Mosekrank. Von Fels? Vom Spieler, ja. Nee, vom Spieler. Moment, was? Ich hab damals, ähm... Fußball kennt sich aus? Ja. Gut. Ähm, du wirst als Schiedsrichter beobachtet. Als Schiedsrichter hast du genauso einen Abstieg- und Aufstiegssystem wie als Mannschaft, sag ich mal, ne? Ja. Das heißt, du kannst in die nächste höhere Liga aufsteigen oder wenn du halt Scheiße gebaut hast, steigst halt ab. Ja. Um das Ganze festzumachen, wirst du halt beobachtet. Das heißt, du hast in gewissen Abständen in deiner Saison hast du einen anderen Schiedsrichter oder ehemaligen Schiedsrichter, der sich das ganze Spiel von dir anguckt und dich nach bestimmten Kriterien beobachtet und bewertet. Mhm. Ich war damals, war ich auch mein Sprung in die Oberliga. Mhm. Nee, gar nicht, ich war in die Regionalliga, so rum. Äh, also quasi die vierte höchste Klasse in deutschem Fußball. Hab, äh, beide Mannschaften, jeweils einen Spieler mit Geld rot vom Platz geschmissen. Bin dann nach dem Spiel halt ganz normal in die Schiedsrichter-Kabine, wollte eigentlich grad duschen gehen, dann hast du noch kurz geklopft. Ich dachte, das wäre der Trainer, der die Rechnung begleichen will und dann mach ich die Tür auf und dann lag ich auch schon bewusstlos am Boden. Also das war dann der, den du runtergeschickt hast quasi? Ganz, ganz genau. Endformitis, doppelter Nasenverbeinbruch, Nasenseptum-Trimmerfraktur, beide Jochbeine angebrochen. Äh, meine Nasenscheidewand ist voll gut gelaufen, hat sich dementsprechend allmählich angefangen aufzulösen. Ja. Äh, und meine Nasens ist jetzt ein gutes Stück kleiner. Aber der, der, darf der noch spielen, nee, oder? Ähm, er darf seit diesem Jahr wieder spielen. Okay. Junge, 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 Junge. Hm. Naja, du scheinst das ja gut, also was heißt, naja, du hast das ja scheinbar gut überstanden. Ja gut, ich hab neun Jahre lang Pause gemacht, ne? Neun? Ja, weil du hast natürlich da natürlich auch so ein kleines Trauma irgendwo, ne? Ja, klar. Du bist dann schon nicht mehr so, dass du sagst, so, weil mittlerweile geh ich wieder selbstbewusst auf die Plätze, so ist es nicht, aber du hast so am Anfang, äh, als ich wieder herangetastet habe, äh, schon so ein Problem gehabt damit. Mhm. Ja, ich mein, ich war damals ja, da war ich ja 17, ich glaub 17 war ich, oder, oder kurz vor meinem 18., als es passiert ist. Ja. Und jetzt mit 18 Jahren, ne, ist dann, ist dein Vater dann schon da noch mitgefahren und hat gehockt, dass auch nichts passiert oder so. Ja. Und mittlerweile, klar, man lernt draus. Ich glaub, ich würd jetzt auch, äh, eher direkt weitermachen. Ähm, aber, ja. Das passiert. Ja, ist halt trotzdem scheiße, ne, dass halt Fußball da so aussieht. Also. Ja, nehmt ja momentan auch Überhand. Oder was heißt ne Überhand, das wird, ist ja momentan vermehrt, muss man dazu sagen. Ja. Das stimmt, ja. Aber lass uns da mal, äh, nicht so tief, äh, reinleihen. Nee, nee, alles gut, alles gut. Ich hab vorhin so, so, so unterschwellig gehört, du machst auch in deiner Freizeit noch was anderes. Ich bin Bassist. Ja. Ja. Und? Ja, also, äh. Wie lange machst du das schon? Seit 2012. Hm. Also auch schon zehn Jahre. Ja. Also wir haben dieses Jahr unser Zehnjähriges. Haben jetzt mittlerweile, äh, quasi, äh, ich will jetzt nicht sagen den Namen, aber die Gruppe ist dreimal geändert seit dem, äh, Ursprung her. Ja, aber, so, Musik machen war ich seit 2012 gezwungenermaßen. Also ich wurde quasi da rein gezwungen. Äh, inwiefern gezwungen? Ja, ich sag mal so, so, Bassisten suchst du eigentlich relativ häufiger als jetzt ein Gitarristen, Schlagzeuger oder ein Sänger. Äh, äh, mein bester Freund hat damals halt für seine Band Bassist gesucht und, äh, hat mir dann zum Geburtstag meinen ersten Bass und meinen ersten Kombo geschenkt und hat gesagt, so, du bist Bassist bei uns. Und seitdem bin ich da. Das ist ja auch geil. So, und dann jetzt, jetzt stell dir mal vor, jetzt fängst du, jetzt fängst du an, weil dein bester Kumpel dich, äh, gezwungen hat, jetzt fängst du noch ein Studio an, äh, Studium an als Tontechniker. Ja, im Endeffekt ist er schuld. Kann man so sagen, ja. Okay. Das ist halt, ja. So, äh, was ich sagen hier, der, der, der Timi fragt gerade, wie das Aufstiegssystem bei den Schildes abläuft. Ja, bitte. Ähm, du musst dir das so vorstellen, du hast einen, äh, wie ja schon bereits erwähnt, du kriegst einen Beobachter an die Seite gestellt, der sagt dir so eine Viertelstunde bevor Spielbeginn ist, sagt er dir Bescheid, dass er da ist, ähm, redet auch nicht großartig mit dir, erst nach dem Spiel und dann guckt er sich halt im Endeffekt an, wie du, ähm, das Spiel leitest, ne. Also erstmal Körpersprache, wie gehst du mit den Spielern um, dann guckt er halt, ob deine Entscheidungen, die du triffst, bei, bei, äh, Vergehen wie Foulspiel, Handspiel, etc., ob du dementsprechend auch, äh, mit der richtigen Fortsetzung agierst, ob deine Sanktionen, sprich, äh, Ermahnungen, gelbe Karte, rote Karte, ob die auch zutreffend sind oder ob man die auch hätte sein lassen können, zum Beispiel. Ähm, und dann geht's nach dem Punktesystem, beziehungsweise nach dem Quotienten, du startest in der Beobachtung, startest du immer mit einer 8,5 und, äh, kannst dich dann halt für jeden Fehler, den du machst, kriegst du so 0,2 bis 0,3 Punkte abgezogen und für jeden, für jede gute Sache kriegst du so maximal 0,2 Punkte dazu. Und das Ganze wird dann mit dem Quotienten errechnet, je nachdem, was für ein Spiel es war, sprich, entweder ist es ein normal zu leitendes Spiel, das sind so 90% der Fälle, ähm, oder du hast dann ein schwer zu leitendes Spiel, das sind gerade die, die Derbys, gerade, gerade hier im Dorf, wenn zwei Dörfer, Dörfer nebeneinander in derselben Liga spielen, hast du immer so Ausschreitungen oder du hast ein, ähm, unkontroll, wie heißt es nochmal, unkontrollierbar zu leitendes Spiel, also wirklich so, wo es eigentlich, wo du schon weißt, dass es auf die Fresse gibt, äh, und dementsprechend wird es dann halt mit dem Multiplikator addiert und dann kriegst du eine Bewertung und wenn du dann das Jahr über, also die Saison über, einen gewissen Schnitt hast, dass du, wie gesagt, mal in die oberen Top-5 kommst, dann trifft sich irgendwann dann der Verband Schiedsrichterausschuss und, äh, hat dann die Fünf auf der Liste und dann wird abgewogen, okay, wer, wer hat sich jetzt in der Saison am besten entwickelt, wem können wir den Schritt nach oben halt mehr, äh, er zutrauen, als es dem anderen, der lieber noch ein Jahr in seiner Klasse bleibt, bevor man dann sagt, okay, dann könnte er nochmal aufsteigen. So, das ist so kurz und knapp das Aufstiegssystem. Und natürlich hat das Alte damit eine Rolle zu spielen. Ja, also ich sag das mal, jetzt mit 30 brauche ich nicht drüber nachdenken, in der Bundesliga wieder anzufangen. Weil dafür bin ich einfach zu alt. Wie halt einfach der Jobtalk irgendwie, äh, alles hat heute. Von Kfz. Sag doch nicht bei dir Kfz-Mechaniker, oder möchtest du die ganze, äh, die ganze Bezeichnung? Wenn man es genau nimmt, bin ich Kfz-Mechaniker. Naja, dann nehme ich Kfz-Mechaniker zum Schiedsrichter, zum Bassisten und dann irgendwann tun Techniker. Wenn man es ganz genau nimmt, bin ich, äh, gelernter Kfz-Mechaniker für Personenkraftwagentechnik. Ja, das ist... Aber das ist... Das sagt keiner. Ich bin Kfz-Hättler fertig. Das ist, äh, echt krass. Ja. Und, äh, was war hier? Ah, stimmt, Franz Gantz. Selbstgespielte Musik? Ja. Aber wieso grässlich? Selbstgespielte Musik ist tausendmal besser, als irgendwas zu covern. Was ist denn... Also, was macht ihr denn für eine Musikrichtung? Wir machen Hardrock mit Elementen aus, äh, Metal und Salon Rock. Okay. Ne? Wie oft, äh, bist du da tätig in der Woche? In der Woche, äh, gut. Zwei von uns sind in der Schichtarbeit zugange. Das heißt, wir müssen uns da ein bisschen nach denen richten, aber, sagen wir mal, so ein bis zwei Mal die Woche sollten wir eigentlich schaffen. Mhm. Und ansonsten, alles andere wird daheim halt trainiert. Ja. So, ne, deswegen. Du hast echt ein schönes, erfülltes Leben, wenn man das so sagen kann. Und eine wundervolle Freundin, die mir die Zeit auch dafür gebringt. Naja, also ich glaube, wenn ich sie nicht hätte, äh, oder wenn ich sie es nicht hätte, dass sie das so halt, ich will nicht sagen, mitmacht, aber mir den Rücken frei hält, ich glaube, dann wäre das Ganze so in dem Maß, glaube ich, gar nicht möglich. Ja, das ist mehr eigentlich so ein Single-Leben, was du da führst. Glaube ich. Nö, glaube ich nicht. Naja, also, wenn du wirklich zwei, dreimal die Woche, dann gehst du noch in eine Werkstatt schrauben, dann bist du so noch unterwegs, also, Chiri da sein, oh, das ist doch schon, ist doch schon eine Menge. Ja, eine Menge, aber mit vernünftigen, ähm, Zeit, Management, formulieren wir es mal so. Ja, das stimmt. Ähm, passt das auch schon, ne? Gut, meine Freundin, die arbeitet halt selbst im 50-System in der Industrie, da plant man das Ganze auch, und wenn die ein freies Wochenende hat, dann habe ich auch mit dem freien Wochenende auch nichts anderes zu tun, außer mit ihr da irgendwas zu verbringen. Ja, das ist doch cool, das ist doch schön. Du hast das, weil Schiedsrichter hast du halt den Punkt, du kannst dich halt auch für gewisse Tage einfach sperren. Ja. Das sei es, dass du brauchst mal eine Auszeit, oder du hast einfach mal wirklich keinen Bock, das passiert auch irgendwann mal, dass du so ein Tief hast, wo du sagst, boah, nee, ist gar kein Bock, dann sperrst du dich dafür, und dann wirst du an den Tagen auch nicht angesetzt, und dann ist das halt so. Finde ich cool. Ja. Macht auch Spaß, das wirst du, glaube ich, bis jetzt immer noch nicht machen. Ja. Natürlich. Also ich meine, du machst ja deine Sachen schon sehr konstant über viele Jahre, ne? Oder so. Ja. Mozart, was ist denn los? Na los, komm, endlich auf. Na los, dann beeile dich. Gut. Entschuldigung. Alles gut, alles gut. Katze. Ne, war ja noch ein bisschen Simracing, um mal die Gedanken woanders zu haben, aber sonst. Ach, Jungs. Ja, meine Freundin ist called to die Zockerin, also wenn die zocken, muss ich meine Zeit auch irgendwie anders noch verbringen, ne? Und manche Leute sind damit überfordert, morgens aufzustehen und zu bearbeiten zu gehen. Ja, das verstehe ich nicht. Ja, das, äh, ja. Also ich glaube, ich würde niemals zum Punkt kommen und sagen, ich beziehe Hartz IV, einfach nur um in den Tag hineinzuleben. Ich glaube, da würde ich niemals reingehen. Niemals. Ja, 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 gut. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ich glaube, das brauchen wir so hier nicht aufmachen. Wollte ich an Fragen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das schön, auch das zu hören und das mal so mitzunehmen. Also echt bewegliches Leben. Vielleicht können wir uns irgendwann mal die Flosse geben und wir trinken mal ne Milch oder so. Aber ich trinke ja nicht. Du kannst Bier, ich ne Milch. Ich trinke auch keinen Alkohol, mach da nichts draus. Achso, ja, dann trinken wir beide Milch. Zum Beispiel. Naja, Timmy, ich würde es mal sagen, mein Beilep für COD auch nicht. Ich habe jahrelang Call of Duty gespielt, seit Call of Duty 1. Also so schlecht ist das Spiel jetzt auch nicht. Aber ist Geschmackssache. Eben. Ja. Du, also ich habe jetzt keine Fragen mehr. Also ich würde dich sozusagen in deinen Sonntag entlassen und mich echt bei dir bedanken, dass du so offen warst und sehr viel über deinen Job erzählt hast. Ich würde dir jetzt die letzte Zeit einräumen und du kannst einfach nochmal loslegen, wenn du was loswerden möchtest oder auch nicht. Und dankeschön. Sagt man jetzt eigentlich Krause oder Krause? Krause. Krause. Krause ist einfach nur mein Nachname getrennt. Ach so, na dann Krause. Ja, nee, ich habe eigentlich zu danken, dass du mir mal so quasi die Möglichkeit oder die Plattform mal bietest, mal so ein bisschen über den Beruf generell zu sprechen oder aus dem Nähkästen zu plaudern. Vielleicht habe ich ja dem einen oder anderen, der es gerade noch so überlegt, was könnte ich beruflich noch so machen und vielleicht das Ganze ein bisschen schmackhafter gemacht. Gut, man sollte jetzt keine Scheu davor haben, sich dreckig zu machen, sonst hat man definitiv den falschen Beruf gewählt. Weil ich denke mal so grundsätzlich, ist das Format, was du da gerade hast, eine ziemlich gute Sache, einfach mal um die Berufe generell mal ein bisschen näher an den Menschen zu bringen. Vielleicht mal so Gedankengänge der Leute mal ein bisschen zu ändern, die vielleicht jetzt ein anderes Bild jetzt von dem Beruf hatten und dem ein bisschen zu erklären. Ansonsten, ja, schreib vorher den Chat, hast du gehabt. Ich glaube, alle Fragen habe ich mir gar nicht gelernt, durchgelesen oder mitbekommen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mal so einen kleinen Schnack zu halten. Folgt man dir eigentlich auf Twitch, damit man deinen Stream gucken kann? Meinen Stream? Welchen Stream? Streamst du nicht? Aktuell nicht mehr. Ich habe bis letztes Jahr, dieses Jahr Januar gestreamt und aktuell manchmal so eine kleine Stream-Pause. Ach so. Naja. Nö, aber nö, nö, folgen, so hin und wieder kommt da ein oder andere Troste noch mit rein. So ist es nicht. Naja, dann ist doch schön. Vielleicht kann man ja kra-use noch ein Follow da lassen. Selbstverständlich. Für sein zehntes Hobby. Nee, aber wie gesagt, recht herzlichen Dank, dass du die Möglichkeit mal geboten hast oder die Plattform hier aufgemacht hast. Ähm, hat Spaß gemacht. Wenn noch irgendwelche Fragen sein sollen, dann einfach fragen. Und ich glaube, ich ziehe mich in den wohlverdienten Feierabend zurück, indem ich mal die letzte Frage von Rodan da mal beantworte, was das beste COD ist. Ja. Äh, beste COD von allen ist MV2. Also da stimme ich grüß zu. Also Warner Warfare 2, das, das, das echte, wieso also Warner Warfare generell, ich bleib bei Warner Warfare 1, also Call of Duty 4, dass es so mit Abschied das Beste, was es geben sollte. Oder gegeben hat. Da kommt auch Activision nicht mehr ran. Alles klar. Super. In diesem Sinne. Lass dir gut gehen und genieß deinen, äh, Sonntag. Ja, werde ich jetzt machen. Ich gehe jetzt rüber zu der Frau, die hat Essen gemacht. Guten Hunger, lass es euch schmecken. Danke, danke und dir noch viel Spaß und schönen Sonntag, ne? Jo, bis dann, tschüss. Jo, tschau. Netter Typ. Aber hey, was möchte man von unserer Community erwarten, oder? Also ich glaube, da kannst du fast jeden einladen und triffst halt einen Nagel auf den Kopf fast. Das war schön. Also wir haben heute echt viel gehört, oder? Also Schiedsrichter-Dasein, äh, Kfz-Mechatroniker für Personenkraftwagen, äh, generell so übers Autoschrauben haben wir noch was, äh, mitbekommen. Musik, also, also der Musik war ja mehr so am Rande, aber das ist schon echt cool. Also, Dankeschön an der Stelle, äh, dass ihr da draußen, äh, bei uns, äh, immer dabei seid. Tornado Thomas und Torpedo Tee. Moinsen. Äh, wieso Kappa? Was ist denn jetzt los? Äh, nächste Episode ist in, äh, zwei Wochen, meine Damen und Herren. Also das hier ist immer alle zwei Wochen auf den Sonntag. Wenn ihr Bock habt, noch, äh, an der Sache hier teilzunehmen, oder ihr sagt euch einfach, ey, ich hab auch einen coolen Beruf, ich möchte diesbezüglich auch mal was loswerden, könnt ihr sehr gerne im Discord, äh, vorbeischauen. Da gibt's eine Sektion, die nennt sich Job Talk. Da, äh, steht so ein bisschen ein paar Regularien dazu. Und, äh, ich würde euch dann diesbezüglich, äh, die Möglichkeit geben, auch mal hier zu Gast zu sein. Ich leg mir immer ein bisschen was, äh, zurecht an Fragen, weil einige Menschen sind ja dieses freie Sprechen nicht gewohnt, dass man halt so ein bisschen Dialog hat, und dann wird man ein bisschen warm, und wir schnacken ein bisschen über euren Job, so was ihr gemacht habt, euren Berufslaufbahn, oder was auch immer.